Das Team in der Produktentwicklung des Automated Valley Parking ist interdisziplinär aufgestellt. Wir brauchen aus unterschiedlichsten Fachbereichen und Technologien Experten von der Bildverarbeitung über die Softwareentwicklung, Systemintegration bis hin zu Applikateuren am Fahrzeug, aber eben auch IT-Experten, wenn es darum geht, die Systeme dann an die Cloud anzubinden und an unsere Partner. Diese Menschen kommen aus unterschiedlichsten Fachbereichen bei Bosch, arbeiten bei uns im Projekt 100 Prozent, auch wenn sie noch in ihrer Organisation weiter bestehen bleiben. Das heißt, wir kriegen sowohl den Input aus der Bosch-Organisation, aus den Abteilungen bei uns ins Projekt rein, als auch können wir das, was wir neu machen, an Arbeitsmethoden wiederum zurückspielen in die Organisation von Bosch. Und damit lernen eben beide Seiten. Unsere Herausforderung ist, wir möchten ein wirklich simples Produkt für den Kunden entwickeln. Der Kunde stellt sein Fahrzeug am Eingang des Parkhauses ab und das fährt dann fahrerlos zu seinem Parkplatz. Das ist eigentlich ganz einfach, aber dahinter ist alles sehr, sehr komplex. Viel unterschiedliche Technologie, die wir natürlich miteinander kombinieren müssen und all diese Komplexität vor dem Kunden wiederum verstecken. Hinter all dem stecken auch Menschen, die kommen aus unterschiedlichen Bereichen bei Bosch, arbeiten dafür zusammen, haben unterschiedlichen Background, Auch unterschiedliche Erfahrungen sind örtlich, oft an anderen Stellen. Und das zusammenzuhalten, das macht immensen Spaß. Es ist aber auch gleichzeitig natürlich unsere Hauptherausforderung, Technologie, Menschen und für den Kunden trotz alledem ein wirklich einfaches Produkt zu schaffen.